So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Es ist 16.46 Uhr bis 17 Uhr, läuft noch der Boutz Community Day. Und heute war es ein besonderer Tag, denn Genaya war zu Gast, die kam extra mit dem Zug angereist, um mit uns zusammen den Z-Day zu spielen. Thomas war als Überraschungsgast auch auf einmal da, mit dem war gar nichts ausgemacht. Die Genaya hat es dann aber schon gespoilert, dass Thomas heute auch kommt. Also Genaya und Thomas, beide heute da gewesen. Wer den Stream 14 bis 15 Uhr angeschaut hat, auf YouTube, kann man doch nachträglich immer noch machen, der hat ja vielleicht mitgekriegt, wie das ungefähr so abgelaufen ist. Mit Thomas, mit Genaya, mit Pupsi, also Sandra, Marie, Jonas, alle dabei hin und her. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich möchte mich bei den beiden nochmal bedanken für den schönen Tag. Wir waren danach anschließend auch noch essen. Ich möchte euch jetzt hier das Ausbeute-Video zeigen, was ich so bekommen habe, möchte ich noch was entwickeln. Möchte noch bei den Showcases irgendwas machen. Und ja, nochmal Danke sagen, dass Genaya und Thomas beide heute da waren. Denn es war halt wirklich nicht lang, es war nicht kurz. Wir haben ja so die Routinen drin, Pupsi und ich, dass wir 14 bis 15 Uhr eine Stunde im Englischen Garten spazieren gehen. Das Streamen, dann wieder heimfahren und ich dann mein Ausbeute-Video mache. Machen wir immer diese Challenge machen, wer in der einen Stunde mehr Shinies fängt, wer das erste Shiny überhaupt bekommen hat ab 14 Uhr und wer das letzte Shiny kurz vor 15 Uhr bekommt. Die Challenge machen wir immer. Wir machen nicht drei Stunden. Bei den anderen kannte ich das Spielverhalten ja nicht. Wusste ich nicht. Ich habe gedacht, hoffentlich sind die nicht enttäuscht. Wenn die jetzt extra hierher fahren und dann nur eine Stunde spielen und dann gehen wir wieder und die stehen auf der Straße. Was ich gleich vorweg sagen kann ist, wir waren danach, wie gesagt, noch essen. Wir waren dann bei einem Italiener. Wir haben es diesmal sowieso anders gemacht, statt einfach nur im Englischen Garten zu spielen und da rumzulaufen, sind wir, weil ich auf die Toilette wollte, zu einer öffentlichen Toilette gelaufen und von da aus an sind wir dann durch die Stadt gelaufen. Wir haben also kleine Stadtrunden gedreht, spazieren in der Stadt heutzutage. Zur Begrüßung gab es für Thomas und Genaya auch einen Jägermeister-Stammball, Jägermeister-Schaf, denn ich habe letztens Jahr Jägermeister-Schaf in der Special Edition gefunden, auch mit Ingwer drin und mit so einem roten Schnapsglieschen. Den habe ich mit Hannes mal getestet, Video kommt noch, Genaya fand den auch interessant. Ich habe gesagt, ich habe nochmal eine Flasche gekriegt, deswegen habe ich den mitgenommen, habe Thomas eingegeben, Genaya eingegeben, mir eingegeben und dann sind wir los in den C-Day gestartet. Durch die Stadt, C-Day gespielt, nach dem C-Day haben wir uns bei einem Italiener niedergelassen. Im Stream hat man gesehen, dass wir vorher beim Istanbul-Grill waren und wollten nochmal schauen wegen dem Skorpion-Burger, weil der ja eine Million Skorvil haben soll. Was jetzt nun damit ist, weil die letztens gesagt haben, die haben die Soße gar nicht da, jetzt haben sie gesagt, die Soße ist wieder da, aber die hat zwei Millionen Skorvil. Die sah aber ganz anders aus, als die, die auf denen waren, die wir schon gegessen haben, als wir es getestet haben. Das heißt, ich muss nochmal den Skorpion-Burger essen, aber diesmal mit der richtigen Soße, also nicht eine Million, sondern zwei Millionen Skorvil. Es ist alles sehr verworren. Dann sind wir im Stream, waren wir da drin, dann wollte einer noch Geld wechseln, hin und her, also ich muss mir den Stream selber vielleicht nachträglich mal reinziehen. Ich wusste in dem Moment gar nicht noch, dass wir im Stream sind und wir sind dann ins Geschäft reing und war ein bisschen konfus. Am Ende sind wir beim Italiener gelandet, saßen am Tisch. Ich habe, als wir am Tisch gesessen haben, hier erstmal Lokmodule angemacht. Das war beim Schloss Elisabethenburg, genau daneben, gegenüber. Und das sah gut aus, da waren vier Stops, die man so erreichen konnte. Der Klicker ist noch ein bisschen gelaufen und dann gab es auch Essen. Das ist die Pizza Scharf von der Genaya, die hat sie sich geholt, den Großpupsi hat ihn klein genommen. Und das ist die Pizza Diavolo, die eigentlich auch würzig sein sollte. Und ich habe extra die Kellnerin noch gefragt, was ist denn schärfer, Diavolo oder Scharf? Diavolo oder Scharf? Die Kellnerin meinte nur, na die Scharf wird schärfer sein. Alle, die probiert haben, haben gemeint, die Diavolo ist schärfer als die Scharf. Und das war gut, weil ich habe die Diavolo genommen und war damit auch total zufrieden. Die Bedienung war aber auch freundlich, die Bedienung, so schnell waren die Getränke einfach da, das Essen war schnell da, das Essen hat richtig gut geschmeckt und es war toll. Nachdem sie da jetzt auch noch eine Stunde zusammen zu sitzen, in Ruhe zu labern, alles, die sind jetzt wieder zum Bahnhof, die fahren jetzt schon wieder heim. Wir sind jetzt hier heimgekommen, ich bin jetzt hier da. Hier sitzen noch ein paar Bauts rum. So wie ich es sonst immer mache, gehe ich ja hier hin, tippe alle Bauts, die hier sitzen, an, um zu gucken, ob wir vielleicht hier live im Video einen Shiny dabei haben. Das ganz Besondere, Bauts war das erste Mal da, ist mir als Shiny eingeführt worden. Ich wusste gar nicht, wie Shiny Bauts aussieht. Als ich den dann gesehen habe, war ich total überrascht, denn der sieht ja einfach aus wie ein Pfefferminzbonbon. Das fand ich irgendwie schon wieder cool. Ich habe den Eintrag von Bauts noch nicht gehabt. Ich habe die Entwicklungen von Bauts noch nicht gehabt. Ich habe dadurch auf diesem Account drei neue Pokédex-Einträge bekommen. Für mich war es jetzt egal, ob ich einen Hunderter kriege oder nicht. Da ich mit dem Pokémon eh nichts vorhabe und nichts verbinde, das heißt, ich könnte alles, was ich heute gekriegt habe, verschicken. Von den Shinies, habe ich dann gesagt, werde ich mir vielleicht ein Shiny Bauts aufheben und das eben Pfeffi oder Pfefferminz nennen, weil das aussieht wie ein Pfefferminzbonbon. Also ein gutes Entwickeln und Hochziehen ist für mich jetzt, brauche ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Macht man was mit Silvaro, kann das was? Das müsste ja Pflanze und Flug sein. Aber ich glaube, wir haben deutlich bessere Pflanzenangreifer, vor allem die, die natürlich auch eine Mega-Entwicklung haben. So, hier, oh, wieder haben wir es geschafft, im Video zu Hause sitzend noch ein Shiny live hier zu bekommen, im Ausbeute-Video. Das finde ich besonders cool. Jetzt gehen wir aber mal hier rein. Ich habe vorhin ganz viel, mein Beutel, der war schon wieder am Maximum, der war bei 800 komplett voll. Also, ich musste in den Shop, ich musste für 200 Coins schon wieder Beutelplatz kaufen für die Pokébox. Die ganze Zeit hat es gereicht, heute hat es nicht gereicht. Ich habe viel mit dem Klicker gearbeitet. Wir haben am Anfang des Streams, ich habe wieder meinen Gottscher angemacht, damit das eben ein bisschen Stops dreht und Pokémon fängt. Und habe mich konzentriert darauf, erstmal die Level-Aufstiege und alles zu machen. Ziemlich schnell am Anfang ist auch direkt ein Shiny im Beutel gelandet. Aber, weil ich das ja nicht selber per Hand gefangen habe, hat das nicht für die Challenge gezählt. Muss ich mal kurz hier runterschauen, wo ist es denn? Genau, hier. Hier ist ein Shiny Bautz mit WP12. Das war das allererste, gefühlt eine Minute nach Start des Community Days ist das im Beutel gelandet. Weil ich es selber aber nicht gesehen habe, nur wie es dann im Beutel später schon drin war, habe ich das für die Challenge nicht gezählt. Trotzdem habe ich später eins auf dem Bildschirm gehabt und damit den Punkt für das Erste bekommen, wenn ich es mit Pupsi vergleiche. Denn bei der kam ewig nichts. Dann hat sie immerzu was bekommen. Pupsi hat also insgesamt mehr Shinies bekommen als ich. Ich habe aber den Punkt für das Erste und ich habe den Punkt für das Letzte. Sie hat zwar noch gesagt, sie kriegt den Punkt für das Letzte, 3 Viertel, aber ich habe extra im Tagebuch geguckt. Und 14,55 kam bei mir eben noch eins rein. So, dann habt ihr hier also die Ausbeute so quer B, das ist da ein bisschen was gefangen. Sieht man ja, das meiste auch beim Essen hat er es noch mitgenommen, wenn wir jetzt hier reingehen. Gucken wirklich mal, wie viele Shinies es geworden sind. Ich habe, glaube ich, während der einen Stunde laufen fünf Shinies oder so nur gehabt, wovon das eine ja nicht zählt, weil es geklingert wurde. Ich also nur vier selber gefangen habe. Sandra hatte da, glaube ich, mehr. Und dann beim Essen kamen noch vier hinzu durch die Lokmodule. Und jetzt eben kam ja noch eins hinzu. Wir können jetzt alle Shinies, die wir hier haben, mal kurz bewerten. Das hat 0 Sterne, WP12. Ich finde das aber irgendwie süß, weil es so ein kleines Level hat. Das werde ich wahrscheinlich dann auch einfach Pfeffi nennen. 0 Sterne, hier haben wir eins mit 3 Sterne. Hier haben wir noch eins mit 2 Sterne. 1 Stern, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Das ist auch das Letzte. Was ist denn das Höchste, was wir haben? Ich habe nämlich die Shiny-Familie auch noch nicht durchentwickelt. Das heißt, 598 müsste das Höchste sein, damit ihr, falls ihr keins gekriegt habt oder nur eins gekriegt habt und alles nicht entwickeln wollt, entwickeln wir die Shiny-Familie jetzt einmal hier live im Video durch. Ansonsten finde ich das Pokémon so hässlich. Also die Entwicklungen kann ich absolut nichts mit anfangen. Schon alleine das gefällt mir gar nicht. Arboretos. Klingt für mich, als hätte ich den Namen noch nie gehört. Ich werde es einmal durchentwickeln, aber ich werde wahrscheinlich einfach alle wegschicken. Alle wegschicken bis auf eins. Und das eine ist dann eben Pfefferminz oder Pfeffi. Ich weiß nicht, ob Pfefferminz hinpasst. Pfefferminz ist eigentlich schöner als einfach nur Pfeffi. Ja, der hat was. Auch gerade diese dunklen Federn, aber der weiße Körper und alles so dazu, das könnte man machen. Das könnte man machen, aber ich weiß ja jetzt nun, wie er aussieht. Der hat jetzt hier auch Flora-Statue dran. Ich werde ihn trotzdem jetzt einfach verschicken. Ich werde ihn klein jetzt Pfefferminz nennen. Es passt auch. Er heißt wirklich Pfefferminz. Und damit ihr mir das glaubt, wenn ich sage, ich sammle das nicht, das ist für mich alles Quatsch, weil das nur meinen Beutel zumüllt, werde ich die Shinies jetzt alle verschicken. Ich habe jetzt, wie viele habe ich gehabt? Zwölf? Ne, neun? Zehn? Ich weiß es nicht. Wer Pause gedrückt hat, hat es vielleicht gesehen, wie viele Shinies dabei waren. Aber für mich brauche ich das alles nicht. Ich werde das eine jetzt hier aufheben. Bei den anderen Shinies muss ich auch irgendwann mal ausmisten und dann reicht mir das. Was ist von Bouts generell das Beste, also das Höchste und das Kleinste gewesen? Wenn wir gucken, haben wir hier noch einen WP-12er. Was am Start ist, wenn wir nach WP anders gucken, haben wir 834. Das ist ein relativ gutes Level. Hat auch drei Sterne und ist sogar ein 93er. Bringt mir, mir aber alles nichts. Das heißt, ich könnte das auch eigentlich alles wegschmeißen. Muss aber mal kurz schauen. Ich habe nämlich beim Showcase absolutes Pech gehabt. Es gibt ja eigentlich Bouts-Showcases. Es gibt aber auch Silvaro. Ich habe nur Silvaro-Showcases dann gesehen. Habe mich jetzt in drei Silvaro-Showcases gesetzt. Ich habe mein allergrößtes entwickelt und da reingepackt und ansonsten habe ich vorher zwei andere Silvaro einfach reingepackt. Das heißt, ich muss eigentlich noch, wenn wir mal auf XL drücken, das ist ja auch wichtig, und gucken jetzt mal hier. Guckt mal, wie viele XL-Pokemon wir hier haben von Bouts. Damit kannst du gern im Showcase dich blicken lassen, musst aber halt es komplett durchentwickeln. Wenn ich aber XXL mache, habe ich immerhin vier Stück. Das heißt, diese drei Bouts, die hier sind, die könnte ich zu Silvaro entwickeln und in diesen Showcase setzen. Kann ich ja jetzt austauschen. Das ist das allergrößte mit XXL. Das habe ich entwickelt und das habe ich auch reingesetzt. Das werde ich jetzt für mich noch machen. Zwei andere noch entwickeln. Da muss ich gucken, hier 46, 45, 45. Also da werde ich die noch entwickeln. Und je nachdem, wie die Punkte sind, werde ich noch zwei Silvaro dann austauschen für den Showcase. Dann schmeiße ich alle Bouts weg, die ich habe. Dann möchte ich nie wieder Bouts sehen. Aber den kleinen Feffi, den Pfefferminz, den hebe ich mir auf. Wie sieht es bei euch aus? Wie war euer Sea-Day? Danke nochmal an Thomas. Danke nochmal an Genaya. Ich hatte Angst, dass ihr vielleicht enttäuscht seid, wenn ihr da einen vollwertigen Sea-Day erwartet mit drei Stunden Action und Grinden. Und dann enttäuscht seid, dass wir nur eine Stunde da rumgurken. Aber es hat gepasst. Thomas hat ja gefühlt noch weniger gespielt als ich. Der hat halt alles mit seinem Drücker laufen lassen. Ich habe dann wenigstens probiert, ein bisschen per Hand zu fangen, nachdem die Levelaufstiege durch sind. Aber das war für ihn okay. Er hat ja auch gesagt, bevor er jetzt zu Hause da rumsitzt und nichts zu tun hat, mal zusammen spielen, zusammen sich sehen, zusammentreffen. Und das soll ja Community-Day sein. Also das war seit langem mal wieder einfach ein richtig toller Community-Day. Mit einer Community irgendwo das Gefühl zu haben und essen gehen. Und einem coolen neuen Shiny. Und das hat einfach gepasst. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt es mir in die Kommentare. Wie ist eure Ausbeute? Wie habt ihr den Sea-Day so verbracht? Gab es da Highlights? Gab es da was anderes? Schreibt es rein. Bis zum nächsten Mal. Peace out Vorhaut. Euer Ramses.